Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial mit dem Thema Geräteverwaltung. In diesem Video demonstrieren wir das Hinzufügen von Geräten am Beispiel einer Schleif- und Fräseinheit. Bevor Sie ein neues Gerät in Betrieb nehmen können, muss eine Verbindung zwischen dem Rechner Ihrer AC und der Schleif- und Fräseinheit hergestellt werden. Hierfür gibt es drei Varianten. Entweder über ein LAN-Kabel oder durch eine WLAN-Verbindung oder über ein Funkmodul bzw. Radiomodul. Bei der Verbindung mit einem LAN-Kabel bzw. Netzwerkkabel sorgen Sie zunächst dafür, dass die Geräte miteinander verbunden sind, bevor Sie in der ZEREC-Software die Suche nach einem neuen Gerät anstoßen. Bei einer Verbindung über WLAN musst du vor der Access Point bzw. die Basisstation im LAN-Anschluss der Schleif- und Fräseinheit eingesteckt sein. Bei der dritten Variante kommt ein Funkmodul bzw. Radiomodul zum Einsatz. Jede ZEREC PrimeScan AC wird bereits mit einem Funkmodul ausgeliefert. Das entsprechende Funkmodul für eine Schleif- und Fräseinheit muss separat bestellt werden, da es nicht im Lieferumfang enthalten ist. Wir befinden uns auf der Startseite der ZEREC-Software und öffnen das Systemmenü. Als nächstes klicken wir zuerst auf Konfiguration und danach auf die Option Geräte. Da wir neben der PrimeScan bisher noch kein weiteres Gerät installiert hatten, wählen wir am unteren Bildschirmrand die Option Nach neuen Geräten suchen. Die ZEREC-Software zeigt uns nun an, welche Geräte gefunden wurden. Wir bestätigen an dieser Stelle mit Ja und die angeschlossene Schleif- und Fräseinheit erscheint in der Auswahl der installierten Geräte. Durch einen weiteren Klick auf das neue Icon ZEREC-MCXL-PP öffnet sich das Konfigurationsfenster, in welchem unter anderem die Seriennummer des Geräts hinterlegt ist, die IP-Einstellungen abgerufen bzw. geändert werden können, als auch erweiterte Einstellungen wie z.B. die Absaugung oder der Barcode-Laser aktiviert bzw. deaktiviert werden können. Am unteren Bildschirmrand befinden sich weitere Schaltflächen. Die blaue Markierung zeigt an, dass wir uns aktuell in den Geräteeinstellungen befinden. Durch Klicken auf die Schaltfläche Kalibrieren können Sie mithilfe der mitgelieferten Kalibrierinstrumente Ihre Schleif- und Fräseinheit neu kalibrieren. Die Einheit ist ab Werk kalibriert, dennoch kann das Gerät bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt neu kalibriert werden. Durch Klicken auf die Schaltfläche Instrumente wechseln, können Sie entsprechend dem ausgewählten Material Ihre Schleif- und Fräsinstrumente wechseln. Unter der Schaltfläche Service finden Sie die Möglichkeit, den Reinigungsprozess zu starten und die Wasserpumpe als auch Absaugung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Rechts daneben können Sie das aktuell ausgewählte Gerät aus der Geräteverwaltung löschen. Sollte die ZEREC-Software wieder erwartend das Gerät nicht finden, haben Sie die Möglichkeit, die Schleif- und Fräseinheit manuell zu verbinden. Hierfür geben Sie die IP-Nummer des betreffenden Geräts ein und bestätigen im Anschluss mit OK. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit ZEREC! Vielen Dank!